Okay. Müssen also nicht unbedingt wechseln. So, weiter. Also ich finde, das ist ja auch Hammer gestaltet. Alles detailtreu. Das finde ich der Hammer. Ratte. Hüah! Eure Magie ist zu niedrig und entweder gegen euch kein... Ja, okay. Oh, oh, Zombie. Hüah! Stimmt, warte. Oh. Da kommt der. Hüah! Hat der was bei sich noch? Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Ah, die Rappen können wir allerdings noch ausnehmen. So. Wann weiter. Huiio. Da ist wieder ein Vieh. Anvisieren. Feuer! Ah, Truhe. Oh, da ist noch eine. Hüah! Ah, erholung. Ausdauer erhöhen. Okay. Ah. Ah, können wir auch eigentlich wieder ausnehmen. Oh Gott, das ist ja nochmal von den Viechern. Komm, Magie, lad dich auf. Okay, na, Kampf. Kommt her! So. Hier muss man wieder... Irgendwas brauchbares. Ein Eisenschild. Einen Streithammer. Das sind ein Handwappen. Aber der ist gut. Der Kriegshammer ist gut. Weißt du was, denn dann können wir den allerdings auch mal ausrüsten. Wir sind mit Zweihandwaffe. Das heißt, wir können uns nicht gut verteidigen. Aber dafür können wir die Gegner richtig geil zu Boden schmettern. Oh, Schädel. Schädel. Aber das Essen können wir mitnehmen. Ich denke, hier sind auch nicht noch Pfeile bei. Nein. So. Ach du Scheiße. Wamm. So. Oh. Dem Ding brauchen wir nur zwei Schläge. Hammer. Ah, da geht's runter. Ach du. Ja. Kriegst du! Ah, wir müssen mal den Zauber wechseln, weil... Immer nur auf Angriff zu setzen ist nicht gut. Mach mal hier. Wir können uns auch das Leben wieder aufladen. Uns verrecken hier noch. Aber wir sind jetzt hier... Ah, da geht's weiter. Eure Atletikverkalken werden verbessert. Eure Atletikverkalken werden verbessert. Ah, eine Truhe. Okay. Lebensgeneration. Ihr könnt die Gegenstände aus eurem Journal schnelltasten zuweisen. Aha. Rauch... Habe ich allerdings noch nie gebraucht. Wow, was? So. Heulen. Oh yeah. Piñata. Wir spielen mit einer Piñata. Ey, da kommen gar keine Süßigkeiten raus. Scheiße, ey. Alles Konzerne. Weiter geht's. Noch weiter tief hinab. Raullederschuhe. Ah, hier können wir uns allerdings auch mal was ausrüsten. Was haben wir denn? Ähm. Mehr haben wir nicht. Haben wir schon mal eine schöne Standard... So eine Eisenrüstung. Der Goblinder hat euch noch nicht gesehen. Ja, okay. Wir müssen jetzt... Jetzt zeig ich euch mal. Wir müssen jetzt schleichen. Auf Steuerung. Ihr seht das Fadenkreuz? Ja. Jetzt fass auf, wie schnell wir unsere Fähigkeiten hier verbessern. Erste Mal. Ach, du Scheiße. Er hat uns gesehen. Fick dich. Komisch. Beim letzten Mal hat's geklappt. Versteh ich nicht. Okay. Ihr habt Mörder und Stöße gefunden. Rüst euch damit aus, um Tränke und Gifte auszutaten. Oh. Oh. Rappenfleisch. Die Rats sind immer noch da. Oh, okay. Hier geht es weiter. Hier kriegst du mal Was hast du an dir? Bärenpelz, warum haben die einen Bärenpelz bei sich? Ah, Trainings Sandzecker Tut gar nicht weh, wenn man dagegen schlägt Knochen Nix anderes Die Facke können wir auch nicht wieder mitnehmen Das ist ne Einwegfacke Das ist ne Truhe Eisenpfeile und Dietriche Na, wir können überhaupt nicht mitnehmen Oh, die machen hier grad Zielübungen Knüpfen wir uns hier mal vor Ah So Angriff hat eigentlich unser Vieh hier Unsere Waffe Stärke 3 3 Was ist das hier ein Rostiger Easy Kolben Dingsbums Ich will das So So Dieser Neue Der hat Angriff von 1 Okay, das geht Das ist nicht so doll Oh Auch nur Angriff von 1 Menno Und wieder Also Pfeile und Dietriche Ah Schön, schön Weiter Oh Wow Hüah Was ist das denn bei dir? Nix tolles aber größe wieder eine ralle die landrolle hat er uns bemerkt ja ja nimm das wir sind rostiger eisen kohlen dies muss auch davon ist der magier ha erläutert ja ich kann die perspektive wie habe ich den wie habe ich den team aber wenn man raus dreht kann man noch aus dem first person raus geknackt schöne sachen aber groß ist die kratten gehört habe eisernes kurzschwert auch wieder nur angriff 1 ah ja wir haben nämlich jetzt den hier da hat eine angriffsstärke von schockschaden bleiben wir lieber unserer typischen nahkampfwaffe hier kamen wir rein also müssen wir jetzt nicht mal da unten längs zu den raten aber erstmal erstmal schön lebend regenerieren los oh ich habe uns nicht mehr bemerkt Tür öffnen ähm ah ja das finde ich cool bewegt sich noch wenn man nicht kopfhaut hihihi als hätten die noch gelebt hallo ach scheiße ah bin ich mir schaden aaa raus so Ich frage ich nur wo 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 langmüssen wo 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 langmüssen ja die rater haben wir schon ausgenommen komisch gehen wir das jetzt hier noch irgendwo oder hinter ging es noch irgendwo in die weite Tietlicher eisernes Langschwert. Angriff 2, aber unser hat ja einen Angriff von 3. Brauchen wir das ja nicht. Eure Detikfähigkeiten wurden verbessert. Dunkelbier. Ja, machen Sie ein kühles Bierchen auf. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hallo? 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 Ich will mich wegbewegen. Hallo? Krabbenfleisch mit mir. Ach, ihr seid zu schwer belastet, deswegen wohl. Okay, wir sortieren mal alles nach Belastbarkeit. Das Langschwert packen wir weg. Warte mal, wie gehen wegpacken wir? Ach genau, warte, warte, das ging so. Dann müssen wir einmal auf die Dings hier. Wie auf unser Inventar. So. Schon, ist wieder alles super. Jetzt können wir weitergehen. So. Hm. Komisch. Wo sollen wir jetzt hier weiter? Doch, gesehen, dass ich schon gespielt habe, weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ah. Nein. Wo kommen wir doch her? Dann kamen wir hier so. Kann wir ja, zumal. Wie kann? Die können wir jetzt hier, zumal. Kann wer...